Das ist ja überhaupt das einzige Gesetz, was wir enforcen müssen, was wir wieder bestärken müssen, das Gesetz der Liebe und der Gewaltlosigkeit. Und deswegen habe ich auch Martin Luther auf meinem Album drauf, den wir in meiner reformierten Kirche auch durchaus kritisch betrachten. Aber zum Schutz von Martin Luther muss ich sagen, die Sachen, die er damals proklamiert hatte mit Antisemitismus und mit Hexenverbrennungen und so, das sind, glaube ich, Sachen, die ihm unter Folter angedichtet wurden. Denn Martin Luthers Aufsätze über das fünfte Gebot und das man nicht töten soll, die sind so großartig, die sind so voll Menschenrechtskampf. Und deswegen habe ich das Lied auch auf meinem Album mit dem Text von Martin Luther und einer eigenen Musik drauf geschrieben, über das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und wenn wir das bekräftigen könnten, dieses Gesetz, denn das geht ja einher mit, die Würde des Menschen ist unantastbar, also darfst du einen Menschen nicht töten. Es geht ja Hand in Hand. Und deswegen müssen wir einfach dafür sorgen, dass diese Gesetze wieder reinforced werden. Wir machen Law Enforcement. Die Bürger werden zu den menschlichen Gesetzeshütern und Vollstreckern. Das Gesetz der Liebe muss eingehalten werden. Es muss sich geliebt werden. Ist das nicht toll? Wenn ich der Diktator wäre. Hat der George Bush mal gemacht, so einen Witz. Ich würde sagen, das Ganze ist... Ich würde sagen, das Ganze ist...